Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ja, ich weiß nicht, ob es sich fängt, dann haben wir den Bus gelöst. Ich weiß nicht, ob es sich fängt, aber die mich echt aufregen. Ich kann mich schon mal den nächsten Bus kaufen. Ja, jetzt ist der Verkaufswert auf einmal gesunken. 7.000 35.000 54.000 So, warum ist es mal weniger geworden? Boah, alter Schwede. 5.000 da hat es 45 Sitzwitze da hat ne 39 Sitzwitze da steht jetzt 40 da ist 41 Sitzwitze Länge 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 wo ist Länge 18 6 ich glaube es ist der längste halber zwei Sitzwitze weniger der hat mehr der hat 86 passend da rein und da 79 kosten beide gleich ja ja den gebe es sagen bin ich glaube eh da Sketch bauen muss schufe 18 das ist das ist eine 3 Türe und das ist eine 4 Türe ok ok oh Gesellen kann man schon kaufen da wollte ich doch gar nicht hin da wollte ich doch gar nicht hin auch он Um, um. Okay, dann gucken wir mal. Also auf 4. 11. 12. 13. 15. 15. 15. 16. 15. 16. 15. 15. 25. 16. 25. 25. 25. 25. 23. das ist ein Schaden groß so ist es aus hier so ist es aus so ist es aus so ist es aus hier 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 Stockerplatz hier Nächster Halb Stockerplatz hier Hi so hier hier Na klar hier bitte Nächster Halb Drenn Klan Oh, oh, wie zäufig habe ich den Bus noch erwischt? Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Nächster Halt, Granite Platz. Ist die Abteilbeleuchtung aus? Nice. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Oh, so süß. Hänseh, Hänseh. Danke. Danke. Nächster Halt, Astra Promenade. Warum ist es hier hinten denn so dunkel? Mist, ich habe vergessen fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt es eben Etzer. Nächster Halt, Astra Promenade. Ich kann ein Schüssel. Nächster Halt, Astra Man, Forschungszentrum. Endstation. Bitte alle aussteigen. Das ist das disponibilische. Tschüss. Das ist wirklich getting geschafft. Ich habe jetzt ein perfektes Ding mit Saft. Es ist noch so ein Ufer, noch kein Zipp, noch kein Dett. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Oh. So, ah ja. So, hier war's. Das wird jetzt blinken. Viererhalb. Hm. Vierzehn, gute Haltversionen, Bushaltestelle aufgesenkt. Punktig. 9000. Stand aber nicht vorne dran. 6.000. Puh. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. okay das war es dann mit dem video